3. Kapitel Nächtliche Kämpfe 3a Am hohen Ufer des Blackbeer-Flusses brannte ein großes Feuer. Zwar stand der Mond am Himmel, aber sein Licht vermochte nicht, die dichten Wipfel der Bäume zu durchdringen, unter denen ohne das Feuer tiefe Finsternis geherrscht hätte. Die Flamme desselben beleuchtete eine Art Blockhaus, welches nicht aus horizontal übereinander lagernden Stämmen, sondern in anderer Weise errichtet war. Man hatte von vier in den Winkeln eines regelmäßigen Vierecks stehenden Bäumen die Wipfel abgesägt und auf die Stämme Querhölzer gelegt, welche das Dach trugen. Dieses letztere bestand aus sogenannten Clapboards, Brettern, welche man roh aus astlosen Zypressen oder auch Roteichenstämmen spaltet. In der vorderen Wand waren drei Öffnungen gelassen, eine größere als Tür und zwei kleinere, zu den Seiten der vorigen als Fenster. Vor diesem Hause brannte das erwähnte Feuer und um dasselbe saßen gegen zwanzig wilde Gestalten, denen es anzusehen war, dass sie längere Zeit nicht mit der sogenannten Zivilisation in Berührung gekommen waren. Ihre Anzüge waren abgerissen und ihre Gesichter von Sonne, Wind und Wetter nicht nur gebräunt, sondern förmlich gegerbt. Außer den Messern hatten sie keine Waffen bei sich. Diese mochten vielmehr im Inneren des Blockhauses liegen. Über dem Feuer hing von einem starken Baumaste herab ein großer eiserner Kessel, in welchem mächtige Stücke Fleisches kochten. Neben dem Feuer standen zwei ausgehörte Riesenkürbisse mit gegorenem Honigwasser, also Met. Wer Lust dazu hatte, schöpfte sich einen solchen Trunk oder nahm sich einen Becher voll Fleischbrühe aus dem Kessel. Dabei wurde eine lebhafte Unterhaltung geführt. Die Gesellschaft schien sich sehr sicher zu fühlen, denn keiner gab sich die Mühe, leise zu sprechen. Hätten diese Leute die Nähe eines Feindes angenommen, so wäre das Feuer wohl nach indianischer Weise genährt worden, so dass es eine nur kleine, nicht weit sichtbare Flamme gab. An der Wand des Hauses lehnten Äxte, Beile, große Sägen und anderes Handwerkszeug, aus welchem sich erraten ließ, dass man eine Gesellschaft von Rafters, also von Holzhauern und Flößern, vor sich habe. Diese Rafters sind eine ganz eigene Art der Hinterwäldler. Sie stehen zwischen den Farmern und Fallenstellern mitten innen. Während der Farmer zur Zivilisation in näherer Beziehung steht und zu den sesshaften Leuten gehört, führt der Trapper, der Fallensteller, ein beinahe wildes Leben, ganz ähnlich dem Indianer. Auch der Rafter ist nicht an die Scholle gebunden und führt ein freies, fast unabhängiges Dasein. Er streift aus einem Staat in den anderen und aus einer County in die andere. Menschen und Wohnungen sucht er nicht gerne auf, weil das Gewerbe, welches er treibt, eigentlich ein ungesetzliches ist. Das Land, auf welchem er Holz schlägt, ist nicht sein Eigentum. Es fällt ihm auch nur selten ein, zu fragen, wem es gehört. Findet er passende Waldung und ein zum Verflößen bequemes Wasser in der Nähe, so beginnt er seine Arbeit, ohne sich darum zu bekümmern, ob der Ort, wo er sich befindet, Kongressland ist oder schon einem Privateigentümer gehört. Er fällt, schneidet und bearbeitet die Stämme, sucht sich dazu nur die besten Bäume aus, verbindet sie zu Flößen und schwimmt auf denselben, dann abwärts, um das erbeutete Gut irgendwo zu verkaufen. Der Rafter ist ein nicht gern gesehener Gast. Zwar ist es wahr, dass manchem neuen Ansiedler der dichte Wald, den er vorfindet, zu schaffen macht, und dass er froh wäre, denselben gelichtet vorzufinden, aber der Rafter lichtet nicht. Er nimmt, wie gesagt, nur die besten Stämme, schneidet die Kronen ab und lässt sie liegen. Unter und zwischen diesen Wipfeln sprossen dann neue Schösslinge hervor, welche durch wilde Reben und andere Schlingpflanzen zu einem festen Ganzen verbunden werden, gegen welches die Axt und oft sogar auch das Feuer nur wenig vermag. Dennoch bleibt der Rafter meist unbelästigt, denn er ist ein kräftiger und kühner Gesell, mit welchem in der Wildnis, fern von aller Hilfe, nicht so leicht jemand anzubinden wagt. Allein kann er natürlich nicht arbeiten, sondern es tun sich stets mehrere, meist vier bis acht oder zehn zusammen. Zuweilen kommt es auch vor, dass die Gesellschaft aus noch mehr Personen besteht. Dann fühlt sich der Rafter doppelt sicher, denn mit einer solchen Anzahl von Menschen, welche um den Besitz eines Baumstammes ihr Leben auf das Spiel setzen würden, wird kein Farmer oder sonstiger Besitzer einen Streit beginnen. Freilich führen sie ein sehr hartes, anstrengungs- und entbehrungsreiches Leben, doch ist am Ende ihr Lohn kein geringer. Der Rafter verdient, da ihm das Material nichts kostet, ein schönes Stück Geld. Während die anderen arbeiten, sorgt ein Kamerad oder sorgen zwei oder mehrere, je nach der Größe der Gesellschaft, für die Ernährung derselben. Das sind die Jäger, welche tagsüber und oft auch während der Nacht umherstreifen, um Fleisch zu machen. In wildreichen Gegenden ist das nicht schwer, mangelt es aber an Wild, so gibt es viel zu tun. Der Jäger hat keine Zeit übrig, Honig und andere Delikatessen zu suchen, und die Rafters müssen auch diejenigen Fleischstücke essen, welche der Hinterwälder sonst verschmäht, sogar die Eingeweide. Die Gesellschaft nun, welche hier am Schwarzen Bärenflusse ihr Wesen trieb, schien, wie der volle Kessel bewies, keine Not zu leiden. Darum waren alle guter Laune, und es wurde nach der harten Tagesarbeit viel gescherzt. Man erzählte sich heitere oder sonst interessante Erlebnisse. Man schilderte Personen, welche man getroffen hatte, und die irgendeine Eigenschaft besaßen, welche zum Lachen Veranlassung gab. Da solltet ihr einen kennen, den ich da oben mal in Fort Niobrara getroffen habe, sagte ein alter graubärtiger Kerl. Der war ein Mann und wurde doch nur Tante genannt. Meinst du etwa Tante Droll? fragte ein anderer. Ja, gerade den und keinen anderen, meine ich. Bist du ihm auch etwa mal begegnet? Ja, einmal. Das war in Demorn, im Gasthof, wo sein Erscheinen große Aufmerksamkeit erregte und sich alle über ihn lustig machten. Besonders einer war es, der ihm keine Ruhe ließ, bis Droll ihn bei den Hüften nahm und zum Fenster hinaus warf. Der Mann kam nicht wieder herein. Das traue ich der Tante gut und gerne zu. Droll liebt deinen Spaß und an nichts dagegen, wenn man über ihn lacht. Aber über einen gewissen Punkt hinaus darf man nicht gehen, sonst zeigt er die Zähne. Übrigens würde ich einen jeden, der ihn ernstlich beleidigen wollte, sofort niederschlagen. Du, Blenter, warum? Darum, weil ich ihm mein Leben verdanke. Ich bin mit ihm bei den Sioks gefangen gewesen. Ich sage euch, dass ich damals gewiss und wirklich von ihnen in die ewigen Yachtgründe geschickt worden wäre. Ich bin nicht der Mann, der sich vor drei oder fünf Indianern fürchtet. Ich pflege auch nicht zu wimmern, wenn es mir einmal verkehrt geht. Damals aber war keine Spur von Hoffnung mehr vorhanden und ich wusste wahrhaftig keinen Ausweg. Dieser Droll aber ist ein Pfiffikus Sondergleichen. Er hat die Roten so eingeseift, dass sie nicht mehr aus den Augen sehen konnten. Wir entkamen. Wie war das? Wie ging das zu? Erzähle! Erzähle! Wenn es dir recht ist, werde ich lieber den Mund halten. Es ist kein Vergnügen, eine Begebenheit zu berichten, bei welcher man keine rühmliche Rolle gespielt hat, sondern von den Roten übertöpelt wurde. Genug, dass ich dir sage, wenn ich heute hier sitze und mir den Rehbock schmecken lassen kann, so habe ich das nicht mir, sondern der Tante Droll zu verdanken. So muss die Tinte, in welcher du saßtest, sehr tief und schwarz gewesen sein. Der alte Missouri-Blender ist doch als ein Westmann bekannt, welcher gewiss die Tür findet, wenn überhaupt eine vorhanden ist. Damals aber habe ich sie nicht gefunden. Ich stand schon fast unter dem Machterpfahle. Wahrhaftig! Das ist freilich eine Situation, in welcher es wenig Aussicht auf Entkommen gibt. Eine verteufelte Erfindung dieser Machterpfahl. Ich hasse die Kanarien doppelt, wenn ich an dieses Wort denke. So weißt du nicht, was du tust und was du sagst. Wer die Inzmen hasst, der beurteilt sie falsch. Der hat nicht darüber nachgedacht, was die Roten alles erduldet haben. Wenn jetzt jemand käme, um uns von ihr zu vertreiben, was würdest du tun? Mich wehren! Und sollte es sein oder mein Leben kosten? Und ist dieser Ort etwa dein Eigentum? Weiß ganz und gar nicht, wem er gehört. Ich aber habe ihn gewiss nicht bezahlt. Nun, den Roten gehörte alles Land. Es ist ihnen von uns genommen worden. Und wenn sie sich wehren, wozu sie mehr Recht haben als du, so verurteilst du sie? Ah, ist schon richtig, was du sagst. Aber der Rote muss fort, muss aussterben. Das ist ihm bestimmt. Ja, er stirbt aus, weil wir ihn morden. Es heißt, dass er nicht kulturfähig sei und darum verschwinden müsse. Die Kultur aber schießt man nicht wie eine Kugel nur so aus dem Lauf heraus. Dazu gehört Zeit, viel Zeit. Ich verstehe das nicht. Aber ich meine, dass dazu sogar Jahrhunderte gehören. Gibt man aber etwa dem Roten Zeit? Schickst du einen sechsjährigen Boy in die Schule und schlägst ihm über den Kopf, wenn er nach einer Viertelstunde noch kein Professor geworden ist? Das tut man aber mit den Inzmen. Ich will sie nicht verteidigen, denn ich habe nichts davon. Aber ich habe bei ihnen ebenso viele gute Menschen getroffen wie bei den Weißen. Ja, noch viel mehr. Wem habe ich denn gerade ich es zu verdanken, dass ich nicht mein schönes Heim und meine Familie besitze, sondern als grauer, alter Kerl noch im wilden Westen herumirren muss, den Roten oder den Weißen? Das kann doch ich nicht wissen. Du hast noch nie davon gesprochen. Weil ein richtiger Mann solche Sachen lieber in sich hinein vergräbt, als dass er von ihnen redet. Ich brauche nur noch einen, den Letzten, der mir entkam und der von ihnen übrig geblieben ist, gerade der Anführer, der allerschlimmste. Der alte Mann sprach das knirschend aus, langsam, als ob er auf jedes Wort ein schweres Gewicht legen wollte. Das erhöhte die Aufmerksamkeit der anderen. Sie rückten näher zusammen und sahen ihn auffordernd an, ohne aber etwas zu sagen. Er starrte eine Weile in das Feuer, stieß mit dem Fuße in die brennenden Hölzer und fuhr fort, als ob er nur zu sich selber spreche. Ich habe sie nicht erschossen und nicht erstochen, sondern totgepeitscht, einen nach dem anderen. Lebendig musste ich sie haben, damit sie ganz genauso starben sollten, wie meine Familie sterben musste, mein Weib und meine beiden Söhne. Sechs waren es. Fünf von ihnen habe ich ausgelöscht in kurzer Zeit. Der sechste entkam. Ich habe ihn gejagt durch die ganzen Staaten, bis es ihm gelang, seine Fährte unsichtbar zu machen. Ich bin noch nicht wieder auf sie getroffen, aber er lebt noch, denn er war jünger als ich, viel jünger. Und so denke ich, dass meine alten Augen ihn noch einmal erblicken, ehe ich sie für immer schließe. Es trat eine tiefe Stille ein. Alle fühlten, dass es sich hier um etwas ganz Ungewöhnliches handele. Erst nach einer langen Pause wagte einer zu fragen, Lenta, wer war der Mann? Der Alte fuhr aus seinem Sinnen auf und antwortete, wer er war? Nicht etwa ein Indianer, sondern ein Weißer, ein Scheusal, wie es bei den Roten keines gibt. Ja, Männer, ich will es euch sogar sagen, dass er das war, was ihr alle seid und was auch ich jetzt bin, nämlich ein Rafter. Wie? Rafters haben deine Familie getötet. Ja, Rafters. Ihr habt gar keine Veranlassung, stolz auf euer Gewerbe zu sein und besonders euch besser zu dünken, als die Roten sind. So wie wir hier sitzen, sind wir alle Diebe und Spitzbuben. Diese Behauptung stieß natürlich auf lebhafte Widersprüche, Lenta aber fuhr unbekümmert um dieselben fort. Dieser Fluss, an dem wir uns befinden, dieser Wald, diese Bäume, die wir niederschlagen und verkaufen, ist nicht unser Eigentum. Wir vergreifen uns widerrechtlich an dem, was dem Staate oder gar Privatpersonen gehört. Wir würden jeden niederschießen, selbst den rechtmäßigen Besitzer, wenn er uns von hier vertreiben wollte. Ist das nicht Diebstahl? Ja, noch mehr. Ist das nicht Raub? Er sah im Kreise umher und der nicht gleich eine Antwort bekam, sprach er weiter. Und mit solchen Räubern bekam ich es damals zu tun. Ich war von Missouri herübergekommen, mit dem richtigen Kaufbriefe in der Hand. Mein Weib und meine Söhne waren bei mir. Wir hatten Rinder mit, einige Pferde, Schweine und einen großen Wagen voll Hausgerät, denn ich war leidlich wohlhabend, sage ich euch. Einen Ansiedler gab es nicht in der Nähe, aber wir brauchten auch niemanden, denn unsere acht Arme waren kräftig und fleißig genug, alles selbst und auch schnell fertig zu bringen. In kurzer Zeit stand das Blockhaus da. Wir brannten und rodeten ein Ackerland aus und begannen zu säen. Eines schönen Tages fehlte mir eine Kuh und ich ging in den Wald, sie zu suchen. Da hörte ich Axtschläge und ging in dem Schalle nach. Ich fand sechs Rafters, welche meine Bäume niederschlugen. Bei ihnen lag die Kuh. Sie hatten sie erschossen, um sie zu verzehren. Nun, Meshurs, was hättet ihr an meiner Stelle gemacht? Die Kerz niedergeschossen, antwortete einer, und das mit vollem Rechte. Nach dem Gesetz des Westens verfällt ein Pferde- oder Rinderdieb dem Tode. Das ist richtig, aber ich habe es doch nicht getan. Ich sprach freundlich zu den Leuten und verlangte von ihnen nur, meinen Grund und Boden zu verlassen und mir die Kuh zu bezahlen. War das etwa zu viel? Nein, nein, ertönte es im Kreise. Taten sie es nicht? Nein, sie lachten mich aus. Ich ging aber nicht direkt heim, denn ich wollte etwas für das Abendessen schießen. Als ich dann nach Hause kam, fehlte auch die zweite Kuh. Die Rafters hatten sie indessen geholt, mir zum Trotze, um mir zu zeigen, dass sie sich aus mir nichts machten. Als ich am anderen Morgen hinkam, hatten sie dieselbe in Stücke zerlegt und die Schnitten zum Trocknen aufgehangen, um Pemmikan zu machen. Meine wiederholte und nun natürlich gesteigerte Forderung wurde ebenso verlacht wie gestern. Ich drohte also von meinem Rechte Gebrauch zu machen und verlangte Geld. Dabei legte ich das Gewehr an. Ein Mensch, welcher den Sprecher und Anführer machte, erhob sofort auch sein Gewehr. Ich sah es ihm an, dass er ernst mache und zerschmetterte es ihm mit meiner Kugel. Ich hatte ihn nicht verwunden wollen, sondern auf das Gewehr gezielt. Dann eilte ich zurück, um meine Söhne zu holen. Wir drei fürchteten uns keineswegs vor diesen Sechsen, doch als wir kamen, waren sie schon fort. Natürlich war nun Vorsicht geboten und wir kamen mehrere Tage lang nicht über die nächste Umgebung der Blockhütte hinaus. Am vierten Tage waren die Rationen alle geworden und ich ging also mit dem einen Sohne, um Fleisch zu machen. Natürlich sahen wir uns vor, aber es war keine Spur von den Rafters zu bemerken. Als wir uns dann langsam und leise durch den Wald pürschten, vielleicht zwanzig Schritte voneinander entfernt, sah ich plötzlich den Anführer von ihnen hinter einem Baume stehen. Er blickte nicht mich, sondern meinen Sohn und legte das Gewehr auf ihn an. Hätte ich den Kerl augenblicklich niedergeschossen, wie es mein gutes Recht und sogar meine Pflicht war, so wäre ich gewiss nicht kinderlos und Witwer geworden. Aber es ist nie meine Passion gewesen, ohne Not ein Menschenkind zu töten und so sprang ich nur schnell hinzu, riss ihm die Flinte aus der Hand, das Messer und das Pistole aus dem Gürtel und gab ihm einen Hieb in das Gesicht, in das er zu Boden stürzte. Er verlor seiner Geistesgegenwart keinen Augenblick, war vielmehr noch schneller als ich. Im Nu hatte er sich aufgerafft und sprang davon, ehe ich nur eine Hand nach ihm ausstrecken konnte. »Alle Teufel! Diese Dummheit hast du nachher büßen müssen!« rief einer. »Es ist ausgemacht, dass der Mann diesen Schlag später gerecht hat.« »Ja, er hat ihn gerecht!« nickte der Alte, indem er aufstand, um einige Male auf- und abzuschreiten. Die Erinnerung regte ihn auf. Dann setzte er sich wieder nieder und fuhr fort. Wir hatten Glück und machten eine gute Jagd. Als wir heimkehrten, ging ich hinter das Haus, um dort die Beute einstweilen abzulegen. Es war mir, als ob ich einen erschrockenen Ruf meines Sohnes hörte, aber ich achtete leider nicht darauf. Beim Eintritt in die Stube sah ich meine Leute gebunden und geknebelt am Herde liegen und zu gleicher Zeit wurde ich gepackt und niedergerissen. Die Rafters waren während unserer Abwesenheit nach der Farm gekommen, und hatten meine Frau und den jüngeren Sohn überwältigt, um dann auch auf uns zu warten. Als der älteste Sohn dann vor mir kam, hatten sie sich so schnell über ihn gemacht, dass ihm kaum Zeit zu dem erwähnten Warnungsrufe geblieben war. Mir ging es nicht schlimmer und nicht besser als den anderen. Es kam so überraschend und ging so schnell, dass ich gebunden war, ehe ich an Gegenwehr denken konnte. Dann stopfte man auch mir irgendeinen Zeugfetzen in den Mund, damit ich nicht schreien könne. »Bist selber schuld daran!« »Warum warst du nicht vorsichtiger?« »Wer sich mit Rafters verfeindet und überdies einen von ihnen geschlagen hat, der muss sich vorsehen.« »Ist wahr!« »Aber ich hatte damals meine jetzigen Erfahrungen noch nicht.« »Töteten Rafters mir heute eine Kuh?« »So schösse ich die Kerls einzeln weg, ohne mich von ihnen sehen zu lassen.« »Doch weiter!« »Ich will es kurz machen, denn was nun kommt, kann mit Worten nicht geschildert werden.« »Es wurde Gericht gehalten.« »Dass ich geschossen hatte, wurde mir als todeswürdiges Verbrechen ausgelegt.« »Die Erlunken hatten sich übrigens über meinen Brandy hergemacht. Sie tranken sich einen solchen Rausch an, dass sie nicht mehr Menschen, auch nicht Tiere waren, sondern zur Bestie wurden. Sie beschlossen, uns sterben zu lassen. Als extra Strafe für den Schlag, den der Anführer von mir erhalten hatte, verlangte er, dass auch wir geschlagen, das heißt totgepeitscht werden sollten. Zwei stimmten ihm zu, drei waren dagegen. Er setzte es aber durch. Wir wurden hinaus an die Fans geschafft. Die Frau kam zuerst daran. Man band sie fest und schlug mit Knütteln auf sie los. Einer fühlte doch eine Art von Mitleid mit ihr und gab ihr eine Kugel in den Kopf. Den Söhnen erging es schlimmer als ihr. Sie wurden buchstäblich totgeprügelt. Ich lag dabei und musste es mit ansehen, denn ich sollte der Letzte sein. Leute, ich sage euch, dass jene Viertelstunde mir zur Ewigkeit geworden ist. Es kann mir nicht einfallen, zu versuchen, euch meine Gedanken und Gefühle zu beschreiben. Die Worte Wut und Grimm sagen gar nichts. Es gibt eben kein passendes Wort. Ich war wie wahnsinnig und konnte mich doch nicht rühren, nicht bewegen. Also endlich kam ich an die Reihe. Ich wurde aufgerichtet und angebunden. Die Schläge, welche ich nun erhielt, habe ich nicht gefühlt. Meine Seele befand sich in einem Zustande, in welchem sie auf die körperlichen Schmerzen gar nicht Acht haben konnte. Ich weiß nur, dass plötzlich vom Maisfelde her ein lauter Ruf erscholl und dass, als dieser von den Rafters nicht augenblicklich beachtet wurde, ein Schuss fiel. Ich war ohnmächtig geworden. Ach, es kamen zufällig Leute, welche dich retteten? Leute? Nein, denn es war nur einer. Er kannte natürlich die Verhältnisse nicht und hatte gemeint, dass ein Dieb oder sonstiger Verbrecher gezüchtigt werde. Aus der Haltung meines Kopfes hatte er schon von Weitem gesehen, dass mein Leben keinen Penny wert sei, wenn er nicht schon aus der Ferne Einhalt tue. Darum sein Ruf und sein Schuss. Er hatte nur einen Warnungsschuss getan, also in die Luft geschossen, da er nicht geglaubt hatte, es mit Mördern zu tun zu haben. Als er dann rasch herbeikam, erkannte ihn einer der Kerls und rief erschrocken seinen Namen. Feig Morden hatten sie gekonnt, aber sie, sechs Personen, es mit diesem einen aufzunehmen, dazu fehlte ihnen der Mut. Sie rannten davon, indem sie das Haus als Deckung benutzten, um nach dem Walde zu entkommen. Dann musste Ankömmling ein hochberühmter und gefürchteter Westmann gewesen sein. Westmann? Schau! Ein Indianer war's! Ja, Leute, ich sage euch, dass ein Roter mich rettete. Ein Roter? Der so gefürchtet war, dass sechs Rafters vor ihm davonliefen? Unmöglich! Zweifle nicht! Auch du würdest, wenn du ein böses Gewissen hättest, alles im Stiche lassen, um vor ihm zu entkommen, denn es war kein anderer als Winnetou. Winnetou, der Apache! Good luck! Ja, dann ist's freilich zu glauben. Aber war der denn schon damals so bekannt? Er stand freilich erst im Anbeginne seines Ruhmes, aber der eine Rafter, welcher den Namen rief und dann ausriss, hatte ihn wohl schon auf eine Weise kennengelernt, die ihm ein zweites Zusammentreffen nicht erwünscht sein ließ. Überdies, wer Winnetou nur ein einziges Mal gesehen hat, der weiß, welchen Eindruck sein bloßes Erscheinen macht. Aber er hat die Kerls entwischen lassen? Einstweilen ja. Oder hättest du etwas anderes gemacht? Aus ihrer eiligen Flucht erkannte er zwar, dass sie ein böses Gewissen hatten, aber die eigentlichen Umstände wusste er doch nicht. Dann sah er mich hängen und die losgebundenen Leichen, die er vorher nicht hatte bemerken können, am Boden liegen. Nun wusste er freilich, dass ein Verbrechen geschehen war, aber er konnte den Fliehenden nicht nach, weil er sich vor allen Dingen meine anzunehmen hatte. Dabei war auch gar nichts versäumt, denn ein Winnetou weiß seine Leute auch später mit Sicherheit zu finden. Als ich erwachte, kniete er neben mir, gerade wie der Samariter in der Heiligen Schrift. Er hatte mich von den Fesseln und dem Knebel befreit, verbot mir aber zu sprechen, eine Untersagung, auf welche ich nicht achtete. Ich fühlte wahrhaftig keine Schmerzen und wollte auf und fort, um mich zu rächen. Er gab das nicht zu, schaffte mich und die Leichen in das Haus, wo ich mich, falls die Rafters es sich einfallen lassen sollten, wiederzukommen, leicht ihrer erwehren konnte und ritt dann zum nächsten Nachbar, um eine pflegende und helfende Hand zu holen. Ich sage euch, dass dieser Nachbar über dreißig Meilen von mir wohnte und dass Winnetou noch nie in dieser Gegend gewesen war. Er fand ihn doch, obgleich er erst des Abends dort ankam und brachte ihn und den Knecht gegen Morgen zu mir. Dann verließ er mich, um die Spuren der Mörder zu verfolgen. Ich musste ihm heilig versprechen, nicht eigenmächtig zu handeln, da dies zwecklos sei. Er blieb über eine Woche aus. Ich hatte indessen meine Toten begraben und dem Nachbarn Auftrag gegeben, meinen Besitz zu verkaufen. Meine zerschlagenen Glieder waren noch nicht heil, aber ich hatte mit wahren Schmerzen auf die Rückkehr des Erpachen gewartet. Er war den Rafters gefolgt, hatte sie des Abends belauscht und gehört, dass sie nach dem Smoky Hill vorwollten. Gezeigt hatte er sich ihnen nicht, ihnen auch nichts getan, da die Rache nur die meine war. Als er sich von mir verabschiedet hatte, nahm ich die Büchse, stieg auf das Pferd und ritt fort. Das Übrige wisst ihr bereits, oder könnt es euch denken. Und jetzt geht es um den Rafters gefolgt. Das ist ein Resort. Dann schlotern wir die Rache nicht mehr.